Hier ist dein Oliver und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Einfach Verkaufen. Das heutige Thema heißt Touchpoint, also Berührungspunkte und Nein hat nichts mit dem Thema Anfassen zu tun, sondern ist mir in den letzten zwei Tagen wieder besonders bewusst geworden und wie komme ich darauf. Heute Abend, also am Mittwoch, wenn ich diese Donnerstagsfolge aufnehme, bin ich wieder von einem Zwei-Tages-Auftrag zurück, einem Kunden, mit dem ich auch nächstes Jahr, also 2019, zusammenarbeiten werde. Und hier handelt es sich um ein Reha-Klinikum und ein Hotel inklusive der Gastronomie. Ja, und ich hatte schon im Verlauf dieses Jahres eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, wo es um die Investition in das Allerwichtigste geht und zwar in den Mensch, also in den Mitarbeiter. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat denn ein Reha-Klinikum mit Verkaufen zu tun, dann gib mir ein paar Minuten Zeit und du wirst am Ende dieser Folge verstehen, was ich damit meine. Wir haben uns in den letzten zwei Tagen dazu entschieden, mal Training on the Job zu machen. Also ich schaue mir mal live und in Farbe an, was denn die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz machen und was mir auffällt, woran man gemeinsam noch arbeiten kann, also welche Kleinigkeiten man verändern kann, um noch besser und effektiver zu arbeiten. Und am ersten Tag war ich beim Philipp. Philipp, wenn du diese Folge hörst, schöne Grüße. Du bist ein richtig genialer Typ und ich bin mir sicher, bei der großen Vision, die das Unternehmen anstrebt, wirst du eine tragende Rolle haben und dazu beitragen, dass ihr richtig viel Erfolg haben werdet. Philipp ist für die Technikleitung und den Fahrdienst in diesem Reha-Klinikum verantwortlich und er hat einen richtig coolen Satz zu mir gesagt, der Grundlage für diese heutige Podcast-Folge ist. Und zwar sagt er zu seinen Fahrern, denkt dran, seid freundlich und höflich zu diesem Patienten, die ihr abholt. Ihr seid der allererste Berührungspunkt von unserem Unternehmen. Ja, und ich habe das mal für mich einfach mal als Touchpoint bezeichnet, denn diese Fahrer sind der allererste Berührungspunkt zwischen Kunden, also in diesem Fall Patient und dem Unternehmen. Also alles, was der Kunde als erstes zu sehen bekommt, welchen Umgang er spürt, ist der Touchpoint mit dem Unternehmen und trägt dazu bei, welchen Eindruck ich hinterlasse als Unternehmen. Hier verkauft sich also der Fahrer gegenüber dem Kunden. Ja, dieser Patient kennt aus altersbedingten Gründen in seinem Umfeld Menschen, die auch eine Reha brauchen oder eine Kur machen möchten. Und was wird er tun, wenn er freundlich behandelt worden ist? Richtig, er wird diese Klinik weiterempfehlen und das bedeutet natürlich Umsatz. So, und ich finde diesen Ansatz wirklich genial und darum konnte ich diese Aussage auch in den nächsten zwei Tagen auch für weitere Beobachtungen nutzen. Und auch du kannst diesen Begriff für dich verkäuferisch in Zukunft nutzen, denn was beziehungsweise wo ist denn dein Touchpoint in deinem Unternehmen oder zwischen dir als Verkäufer und dem Kunden? Und lass mich dazu noch ein paar Beispiele geben. Ein neuer Gast in einem Hotel kommt an und landet an der Rezeption. Ja, das ist der erste Touchpoint und genau hier entscheidet sich bereits, kommt dieser wortwörtlich gut an und hier hast du die Möglichkeit, mit den richtigen Fragen auch noch weiteren Umsatz zu machen. Haben Sie sich denn schon entschieden, wo Sie heute Abend essen möchten? Gerne biete ich Ihnen unser hauseigenes Restaurant an. Sie müssen nicht in der Kälte hin und zurück laufen und können unsere hauseigene Küche genießen. Das ist wieder so ein Touchpoint. Wenn der Kunde beziehungsweise der Gast hier einwilligt, dann wird er das natürlich auch weiterempfehlen. Ein weiterer Touchpoint ist natürlich das Telefon. Und hier wird es für dich nochmal so ein bisschen herausfordernder, lässt sich jedoch auch ganz leicht lösen. Denn ein Kunde ruft dich an und möchte sich zum Beispiel über dein Produkt oder deine Dienstleistung erkunden und nach zehn Minuten intensiver Beratung bedankt er sich und sagt, ja, ich melde mich dann wieder, ich möchte mich auch noch weiter umhören. So, nutze von Anfang an diesen Berührungspunkt und sage dem Kunden einfach, eventuell haben Sie sich ja schon andere Angebote eingeholt. Gut, was war Ihnen denn da besonders wichtig? So, wenn der Kunde jetzt sagt, nein, habe ich noch nicht, kannst du ihn dir quasi direkt packen und ihn nach der Angebotspräsentation fragen. Grundsätzlich merke ich, dass Ihnen unser Angebot gefällt und mal angenommen, Sie möchten jetzt von diesem auch profitieren. Wann würde es Ihnen denn am besten passen? Du baust also wieder einen Berührungspunkt auf und möchtest mit einer geschlossenen Frage direkt eine Verbindlichkeit aufbauen. Und wenn der Kunde jetzt hier zufrieden ist, wird er dich weiterempfehlen. Und wenn der Kunde doch schon andere Angebote eingeholt hat, dann fragst du ihn eben nochmal genau, warum ihm das bei diesem Angebot wichtig war und bringst dann eben deine Vorteile ins Spiel. So, wenn du wissen möchtest, wie das mit deinen Angeboten beziehungsweise mit deinen Produkten oder Dienstleistungen funktionieren könnte, dann melde dich auch gerne bei mir. Du siehst also, es gibt so viele wichtige Berührungspunkte im Unternehmen mit deinem Kunden, auf die du immer achten solltest, beziehungsweise du als Verkäufer und auch deine Kollegen immer achten solltest. Jeder ist Verkäufer in deinem Unternehmen. Ob, wie im ersten Beispiel, der Fahrer für ein Reha-Klinikum, eine Rezeptionsmitarbeiterin in einem Hotel. Jeder kann dazu beitragen, in verbaler Berührung mit dem Kunden weiteren Umsatz und eine größere Form der Weiterempfehlung zu erzielen. Prüfe also mal deine Touching-Points im Unternehmen und spreche auch gerne deine Kollegen darauf an. Und wenn du auch dafür eine Lösung brauchst, dann melde dich einfach bei mir. Dann machen wir es auch wieder für dich zu einfach verkaufen. Damit wünsche ich dir einen erfolgreichen Wochenausklang und wir hören uns natürlich wie gewohnt Anfang der nächsten Woche wieder. Das war dein Oliver. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut.